hi leute herzlich willkommen zur nächsten folge zu meinem let's play vom spiel minecraft ja in der letzten folge habe ich hier das terror ein bisschen angeglichen ja so nenne ich es einfach mal ja und habe hier quasi umrandung schon mal gemacht dass man weiß wo das gebiet oder die fläche anfängt und wo es aufhört hier sieht man auch im inventar bisschen aufgeräumt was nicht selbstverständlich ist und ich überlege gerade wie ich das hier mache am besten dass es am schönsten ausschaut ich wollte der werkbank ja auch ein füge quasi als die co element ist überall hier jeder zweite block meine werkbank das ist ein bisschen viel glaube ich wir fangen hier in der ecke mal an eine werkbank was alles zu werkbänke 63 werkbänke haben wir ne oder wird schwirnacht ach komm kaum geht die folge los ist schon wieder nacht super ja typisch minecraft alle acht minuten so schnell ins bett mit der werkbank in der hand natürlich mache ich auch ständig hier das gebäude finde ich wirklich sehr gelungen ja vielleicht werde ich den baustil weiter führen vielleicht noch bei den nächsten gebäuden mit einbinden ja also quasi habe ich eine werkbank ich will auch nicht zu viele einbauen sonst schaut das bisschen zu übertrieben aus deswegen 1 2 3 also wieder zu wenig so immer jede so jede trittes feld also quasi zu so so schade geht nicht geht nicht auf egal ausser ich mache das hier noch ein bisschen anders da hier das werde ich auch umbauen ach so eine schaufel in die hand und weiter geht's das ist ein paar birkenholz zack einmal da halt dann muss der natürlich auch weg zack kommt da her daher genau und jetzt ein eichenholz zack jetzt könnte es aufgehen ach nee oder was ist heute los alles ein wenig krumm und schief ok birkenholz birkenholz bisschen erde habe ich auch dabei zwei erde kann auch da einpacken sehr schön ja so so könnte es schon eher passen 64 werkbänke jetzt jetzt müsste aber aufgehen ups jawoll ist quasi so weiter jetzt geht es hier ah schade wenn ich das jetzt wieder 1 zurücksetze dann geht es wieder nicht auf das ist blöd ja dann passt hier vorher wieder nicht aber egal wir werden es schnell ändern ähm birkenholz ja klar jetzt passt hier wieder nicht da jetzt haben wir hier wieder 1 zu viel das war wieder erde und irgendwie herauskommen wäre nicht schlecht ach ja wie machen wir das obwohl ich könnte das ganze auch weiter rüber rutschen dann wird es hier wieder passen aber hier ist eh nicht so nicht so wichtig jetzt brauchen wir Erde erde 49 stück jawohl müssen reichen so jetzt ähm genau eichenholz ach komm was ist heute los ich setze die blöcke irgendwie kreuz und quer so jetzt passt es ähm Ja, irgendwie so. Ach. Yesa. Ähm. Ja, pick mal jetzt habe ich noch genügend. Ups. Ja, kann man so lassen, oder? Ist auch gut aufgeteilt. Da haben wir 1, 2, 3, 4. Und hier in der Mitte auch. Ah, was für ein Zufall. Da kann, glaube ich, jemand rechnen. Ja, cool. Dann hier. 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 Ähm. Dort. Nee. Oder doch. Doch, 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 doch. Das passt schon. So viele Werkbänke. Ich finde es schon, schon irgendwie schön. Ja, das ist zufälligerweise genau in der Mitte. Ey. Obwohl, scheiße, die passt ja gar nicht hin. Die gehört ja gar nicht hin. Die gehört ja auch der Steuer. Ja, okay, jetzt ist es nicht mehr in der Mitte. Ach, komm. Hm. Hm. Hier machen wir an. Das ist jetzt mal das Ganze hier so abgrenzen. Dann fällt es auch nicht mehr so auf. Ups. Eins zu viel. Ähm. Da hier. Da hier. Da hier. Dort drin. Ja, das passt hier wieder nicht. Äh. Hätte ich vielleicht vorher machen müssen. So. Alles voll mit Werkbänke. Halt, halt, halt. Äh. Hier. Und dort. Und habe ich noch irgendwo eine vergesse. Hm. Hier wäre theoretisch irgendwo eine. Die bei Erde. Und zwar, die wäre hier. Ups. Oder. Ah. So weit wollte ich gar nicht springen. Ach, komm. Wird bloß hier hoch springen und hier rüber gehen. So. Ähm. Ja, das passt so. Schaut so ein bisschen komisch aus. Hier passt es auch so. Überall 1, äh, Abstand. 1, 1, 1, 1. Jawohl. Es wird spür nacht. Es haben immer noch 26 Werkbänke übrig. Ah. Ich muss ja aufpassen, nicht, dass ich jedes Mal in die Werkbank reinschaue. Ja, mal schauen, wie das ausschaut. Ach, komm. Was ist denn heute los? Irgendwie. Also, Maus wieder schmieren. Ich weiß, da kriegst du einen Mods, wo man halt, äh, gleich große Flächen auf einmal bearbeiten kann, aber ich brauche keine Mods. Ja, okay, ein Shader ist auch ein Mod, aber es ist halt nur ein optischer Mod. Ich spiele keine Steine mehr. Ach, jedes Mal schaue ich in den Werkbank rein. Ja, vielleicht wäre ich hier. Aber hier, das kann ich ja, das kann ich ja noch anpassen. Ah, sehr schön. Genau, jetzt baue ich hier, ähm, den und den. Der kommt da her, der kommt da her. Der dort, 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 dort. Bei Erde. Da kommt die Ecke wieder ein bisschen, äh, anpassen. Jawohl. Ah, schon ärgerlich, dass die erste Werkbank nicht in der Mitte ist. Aber egal, das passt dann so. Ähm, so in etwa. Wobei, ich hätte das Ganze auch mit, äh, Stufen machen können. Denn dann spawnen keine Monster drauf. Aber das Ganze wird eh noch beleuchtet, also kann das mir egal sein. Huch, schon wieder keine Steine mehr. Zum Glück hat immer welche dabei. Ah, gleich habe ich's. Das Aufpassen, dass hier nichts anderes spawnt. Damit alles in Luft sprengt, das wäre nämlich nicht so schön. Cool. Die ganze Fläche voll mit Werkbänken. Äh, wie schaut das von da oben aus? Hier ist die Mitte. Ja, okay, passt das nicht so, weil die erste Werkbank nicht in der Mitte ist. Äh. Ja, vielleicht wäre das Ganze Offscreen noch mal ändern. Oder. Schnell was essen. Ja, die Arbeit mache ich mir jetzt auf jeden Fall. Ich mache jetzt einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. So, jetzt habe ich hier das Ganze am ein Feld versetzt. Auch hier den Rand habe ich am ein Feld versetzt. Ähm. Genauso wie diesen Block. Äh. Genauso. So gehört er hin. Und hier habe ich noch ein paar Löcher hier reingemacht. Denn, ja, wir können das Ganze ein bisschen farblich hervorheben. Äh, mit Birkenholz. Ähm. Das war jetzt gerade nicht mehr. Oder momentan nicht mehr. Eine Werkbank reicht, glaube ich. Halt so. Ähm, so, so, so. Das kam weg. Aber jetzt habe ich hier noch nicht mehr. Ich habe hier noch ein paar Löcher hier. Und dann habe ich hier noch ein paar Jahre hier. Und dann immer noch ein paar Jahre. Und dann haben wir hier noch ein paar Jahre. Und dann haben wir hier noch einen Blick. dann besteht auch nicht die gefahr dass jetzt gleich irgendwie monster spawnen ach komm daher genau dorthin halt der gehört weg ups nicht mit der axt sondern mit der spitzhocke genauso genau diese reihe habe ich auch um eins versetzt genau ein feld hier ist ein bisschen versetzt das alles wieder einige nachkommen einigermaßen zusammen passt so habe ich das jetzt alles hier hier das passt jetzt kann der noch mal weg der muss weg der halt den habe ich auch vergessen naja wie gesagt wird schön bunt noch nicht so okay habe ich jetzt alle ich denke schon so und jetzt könnte ich noch das zack wieder weg schwarz eiche holz ja das ein bisschen ist ein bisschen zu dunkel nämlich was soll ich noch hier drin das kann auch raus ich weiß hier in das eck aber da könnte ich ja auch werk beim kb genügend da war so müssen theoretisch immer da rein was deshalb weg machen hier den stein könnte ich natürlich auch noch ein bisschen bearbeiten quasi durch bemosten pflastersteine ersetzen oder der christen stein wo man bekommt wenn man stein oder stein ziegel ein ufer reinlegt hier noch mal da wird schon schön das ist meine meinung halt hier nochmal egal wenn da was runter fällt egal wie so viele rohstoffe ist der wahnsinn stein holz viel zu viel für jede sorte halt hier und da hätte fast vergessen daher halt hier genauso und ein rest werde dann nachher mit stein ziegel noch auffüllen also quasi der platz der wo jetzt noch hier übrig ist oder wie gesagt mit risiken oder bemosten pflastersteine austauschen und dekorieren schön hier hier auch noch gott die hälfte wir sehen hier auch so hier sind wir noch und 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 hier habe ich jetzt alle ne dort und dort und dort halt dort noch hier auf ersten blick sieht man es gar nicht wer alles fast gleich ausschaut von oben rei für rei ja schaut interessant aus würde ich mal sagen ja gut ich kann jetzt alles wieder reinlegen brauchen wir dann eh nicht denn ich brauche eher den rissigen pflasterstein und bemosten aber den hole ich dann offscreen und in der nächsten folge weiter ja und das geländer kommt natürlich dann auch noch dran ja gut und close down bar natürlich auch noch und ja sonstige sache halt jetzt sehe ich es gerade fehler sei jetzt oder jetzt passt's oder irgendwo noch irgendwas übersehen ich glaube es nicht ok gut passt ja gut vielen dank fürs zuschauen und sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es heißt let's play minecraft also macht es gut bis dann ciao bis dann 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 bis dann